Bei Let's Dance geht es nicht nur auf dem Tanzparkett bei so manch einer Performance zu, wie in einem romantischen Märchen. Auch fernab des Scheinwerferlichts gibt es Liebesgeschichten, wie sie im Buche stehen. Der Profi-Tänzer Evgeni Vino-Kurov und seine Liebste Nina Betzobowa werden heiraten. Der Let's Dance-Star teilte diese frohe Botschaft auf Instagram zusammen mit ein paar Fotos und schrieb dazu, Yes! Wir haben uns verlobt! Ich liebe dich, Nina! Es war aufregend, es war sehr schön und privat, was für mich sehr wichtig war. Es war romantisch wie im Märchen, zumindest habe ich es so empfunden, oder Nina? Das Paar war anscheinend in Amsterdam unterwegs, als Evgeni seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte, wie die Bilder zeigen. Schon einige Stars aus der Let's Dance-Familie teilten Glückwünsche in den Kommentaren und so schrieb Ekaterina Leonowa, Herzlichen Glückwunsch, das ist so schön! Tanzkollege Valentin Lusin meinte, Herzlichen Glückwunsch ihr Lieben, wir freuen uns sehr! Oana Nikiti schrieb, Herzlichen Glückwunsch ihr schönen Menschen, wir freuen uns von ganzem Herzen für euch! Wann die Hochzeitsglocken läuten und welchen Hochzeitskanz Evgeni Vino Kurov und Nina Betzobaba aufs Parkett legen werden, bleibt derzeit aber noch abzuwarten.